Wenn die Blauen hier rein wollen, macht's nichts. Wie viel wiegt das denn? So, liebe Gesellschaft, wir fahren jetzt nach Karlsruhe zum Hurra-Festival. Beziehungsweise sind wir schon in Karlsruhe. Das ist ja mal hinter der Kamera. Und wie ihr seht, wir leben so einen fancy Lifestyle, dass wir uns da selber hinfahren. Schauen wir mal, was passiert. Es sind auch irgendwie so zwei, drei pikante Rapper da. Also wenn wir so ein Bild verrutschen, dann ist das eher schuld. Wenn einer auf der Bühne scheiße wird, dann bin ich. Lass wir ganz entspannt noch ein bisschen laufen. Vielleicht kommen ja noch irgendwelche Schnittbilder so auf entspannt. Ja, die wollen uns. Definitiv. Eigentlich wollen wir es im Rucksack. Egal. Hallo. Hi. Willst du den Motor ausmachen? Führerschein, Fahrzeug. Dann müsste ich einen Poffer haben. Wobei, ich glaube, mein Fahrzeug, yes. Da haben wir einmal das. Egal. Bürerschein. Ja, ja klar. Bürerschein ist halt im Kopfhörer. Haben Sie auch einen Ausweis zum Beispiel? Natürlich, klar. Bitte schön. Dankeschön. Jemand mit der Polizei schon etwas zu tun gehabt? Nee. Und so schnell kommt meine Kontrolle, meine Freunde. Guter Start. Auf Krampf, Digga. Auf Krampf wollte er, ne? Ja, ja. Der hatte so Bock, uns zu nutzen. Hi. Ries. Bro, frag was anderes. Ich reihe. Ja, genau. Genau, da müssen wir hin. Baba Typ, Alter. Ja. Wenn die Blauen hier rein wollen, macht sie. Ja, gut. Achso, ja, wir wollen ja hier erklären, wer das eigentlich ist. Das ist meine charmante Kollegin Maja, die Kollegin Jana. Und das ist Nico, der mir hier einfach ins Licht fotografiert. Ja. Gehen wir das Essen. Bruder, greif zu. Was sagst du? Ja. Halt. Stark. Okay, wir machen keinen Essensbreak, weil alle ohne mit Essen fahren. Können wir mal ganz kurz checken, wo wir hinlaufen? Wir proben. Ich will einen Gin Tonic. Scheiß auf Essen. Bier, Bier. Meinst du? Ja. Ah, mit Alkohol. Haha. Ah, nein. Komm, wir gehen mal hoch. Ehre Morse, Alter. Aber geil. Ja. Die Jungs, braucht ihr was zu Hause? Wir gehen jetzt 0-2-2. Das heißt, es wird ein bisschen chaotisch, weil die Jungs ein bisschen am Arsch sind. Also nein, die sind voll lieb. Wir gehen jetzt mal ein bisschen in der Nähe. Motor schaden, Motor schaden, Motor schaden. Alles los ist hier. Komm, wir gehen mal Jumaat. Das ist nicht so. Genau. Hat man auch da angeschrieben? Hat man doch gesagt, danke mit Jesus? Das geht von Zenoa. Jetzt geht von Zenoa. Jamal war sehr stabil. Ich freue mich, weil wir uns seit 6, 7 Jahren kennen. Ich glaube, wir haben das erste Interview gemacht, was er jemals hatte und auch eines meiner ersten. Schön, Alter. Das ist family. Das ist, warum wir Hip-Hop machen und Nico trinkt alles aus. Was soll ich sagen? Geld, Geld, GoFundMe, Paypal, wo auch immer, wenn ihr Geld habt. Bis dahin und Respekt, hier auf dem Mokka-Festival mit Reece, BigFan. Ihr wisst nur Liebe. Reece ist einer der stabilsten Interviewer, für mich sogar der Beste, aber gerne selber überzeugen. Deutschland, Brasilien, Spotify, Podcast abchecken. Bis dahin und Respekt. Wir haben auch schon 2 Stück. Respekt, Reece und Dish. Check das ab. Erklär mal, wo's hingeht, Bro. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung? Reece ist... Keine Ahnung. Wir müssen mal mal ein Tick. Mein Kopf ist Breakdown, es ist Westy. Oh oh. Markus ist nahmisch. Oh oh oh... Oooooooo. Markets halten, Bro. Ich muss mir... Also, ich muss was trinken. Ich schwör, ich wollte... Ne, ich wollte mir eine Zigarette an. Ich kapierze. Ries hat heute nur zwei gewonnen. Heute nur zwei gewonnen. Gar keine. Nicht drauf war. Nicht drauf war seit zwei Jahren. Ries hat durchgezogen. In Thailand, so in Singleskur. Ja, jetzt stehen wir hier. Ein bisschen, wie du stellst mich abkriegen. Oder Jonas? Jonas Blick. Jonas ist hier. Wie viel wiegt das? Aber ich schätze 2-3 Kilo schon. Hä, was für 2-3 Kilo? Das sind 6-7 Kilo. Ja, das ist ein 2 Meter Ochse. Ich schürze dir. Digga, ich bin 2 Meter Streichholz. Gib mir mal diese Kamera, dass jeder weiß, wie du aussiehst. Halt dich hier auch, ne? Jaja, kannst alles entspannen. So, und jetzt gebe ich dir 10 Minuten vor Bühne. Alle response ist voll gut als Kameramann. Guck mal, du hast das Auge dafür. Guck mal, Kamera. So, wir tauschen einfach, Bro. Du machst Videos, ich mach Podcasts. Das ist deins gerade, gell? Fokussiert, mach mal Bilder, dass ich die reinschmeißen kann. Nein, ich will nicht raunen. So lässig, so lässig. Ich will meine Mom auf das Video anhalten. Wir sind alle am Arsch, wenn wir ehrlich sind. Jeder denkt, das ist voll gechillt. Hey, die chillen nur und Rockstar leben. Mein Rücken tut weh. Deiner selbst auch. So, jetzt gehen wir fern und machen einen gleichen Spaß morgen. Dann gehen wir euch auf. Dann gehen wir, wie wir auf den Weg hin. Dann gehen wir dich auf.